UNTERTITELUNG Scheissnacht! Du hast mich da angegriffst, bist du tot. Mechaniststoffe, die stecken die vom KZ im Bau. Echt? Könnt ihr das wegmachen? Könnt ihr da was drüberstechen? Berühren des fremden Gliedes, wechselseitige Onanie. Was wird beantragt? 24 Monate, unbedingt. Kein Dementi? Du hast es nicht bleiben lassen, oder? Du bist immer noch da. Jeder hier weiß, dass du drauf bist. Schau rüber, dass du dich im Griff hast. Wenn ich interessiert, dass ob ich da innen drauf bin, oder nicht. Mich interessiert. Du bist immer noch da. Du bist immer noch da. Ich weiß. Du bist immer noch Wie generational nichtuffed. Wem vamos raus, oder?